Sensation, er ist zurück bei Bayern. Götze, oder? Douglas Costa. Nein. Never mind. Endlich offiziell, sie sind ein Paar. Oh, Götze, oder? Hahaha, ja fast. Scheiße. Zwei Body Shots into one headshot, aber dead. Aber no, no. Ja, du schießt. Ja. Ich hätte sie fast zu bewonnen, hätten die beide keine rote Arme gehabt, dann wären. R.I.P. Sag ich auch immer. Weil, aber ich habe gehört, G2's Game war heute wieder clean. Relativ. Wait. Hat Yamato echt auf Machi gesetzt? Das ist doch Yamato, oder? Das ist Yamato. Das ist ein Bot, alter. Als einziger. Jeder sagt G2. Und Twitter hat Liquid gesagt, oder? Haha. Aber das ist halt NA-Fans. Er hat schon. Er hat kein Maul. Hilf mir zu paddeln. Paddler allein. Ah, er ist ziemlich dumm. Oh! Wait. Einer ist rein. Haha. Hier ist noch ein Team. Ich weiß. Hast du Energy für mich? Nein. Hat der Energy? Natürlich nicht. Der hat auch keine Energy. Ah, er ist oben drauf. Ja, lass mal kurz noch ein bisschen... Hingeh mal Stuff suchen. Da oben sind wir. Sack dir. Lass den mal pushen. Ich glaube, die sind getrennt. Lass den mal da oben pushen. Wo ist der Wichser? Das sind zwei different Teams hier. Oh. Ja, das wusste ich. Ich geh mal auf die andere Seite. Ja, aber... Okay. Ich hab padd. Alter, ich brauch ganz dringend Energy. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass mein Luck einkickt. Einkickt. Aber es ist so gut. Da läuft einer. Ich hab halt zwei Sniper. 50. 48. Low. Oh, what the fuck hinter mir sind. Hinter uns sind noch Teams. Okay, aber wie dukt ist es. Ich weiß nicht, wer das war. Das ist jetzt sehr schlecht. Der geht bestimmt hinten raus. Oh, das war noch... Okay, einen habe ich. Das ist genau armer Stoff. Oh, du, die ist leer! Aber es hat halt keine Healing. Oh no. Einer von beiden hatte eine Wingman, by the way. Das habe ich genommen. Ich muss die Flatline nehmen. Weil es auf dieser Map... Weil es für mich keine Energy gibt leider. Wtf oben drauf. Moritz, hast du noch Healing? Noch zwei Syringes. Schildzellen. Perfekt. Klaus, glaube ich. Ah ja, hier in Rimmel. Der eine fast broke. Burn! Burn! Beide burn! Eine direkt vor uns! Hinter dem Ding! Der hat kein Amor! Okay. Aber wäre ich nicht so scheiße mit der Waffe manchmal. Okay. 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 Was ist passiert? I don't know. Also wenn du eine Prowler findest... Ich nehme sie gern. Und wenn du sowas brauchst, kannst du das auch haben. Nein? Perfekt. Perfekt. Alter Mr. Moritz, da rambambambambamb Mr. Myriuz Das, wie viele Medgids hast du jetzt? Zwei, danke Moin Da läuft einer die Treppe hoch Auf ping ist einer die Treppe hoch gerannt Musst du jumpen? Ja Die Craft Ah, ich hatte jumpen Da ist nur einer Einser Armor Der andere wird hier respawn bei seinem Mobbing Ja, ich folg dem einen Der runtergesprungen? Wo? Genau vor dir Ja, ich seh Wo ist der Med? Na da Die sind beide unten Na ja, on me Minus 14 Der müsste tot sein Oh mein Gott Wieso bin ich so Ah, ist die Zip hoch? WTF, er ist wieder um Aber Bro, mach's doch nicht schwerer als es ist Du kommst doch eh nicht weg Just not happening Was machst du denn? Ja was, renn doch Ja, punch mich doch Ja, komm doch her Nein, machst du nicht Oh, hinter mir Überleb halt Was kann ich hit? Ich komm mal zu dir, was? Nein, Mester Nein 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 Bitte sag mir, er hat ein Phönix-Kit Danke Gott Wird das 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 Wird der lebt? Oh, me, Revenant Nein Er hat mich gesilenced Hier Ich will ihn Kill'em Er ist behind that box mit seinem Todtotem Er ist nach hinten weggerannt Ja, true Nein, er rennt, Moritz Ich komm zu dir und heb dich auf Motherfucker, Alter Ich hör nur das Death Portal, Alter Der steht da Ich dachte auch, das ist der Teammate von Pathfinder Aber, I guess not Pfff, da wurden wir bembuselt, Alter Ich hab den Bloodhorn extra nicht gefinished, weil ich halt wie gesagt dachte, es ist der Teammate Oh man Ich sag ja immer, whatever Trevor Der Typ hat nichts Ich kann dir gleich ein paar Bets geben, wenn du welche brauchst Ich hab keine Keine? Gut Ich hab vier Ich sag mal, wie viele Schildzellen hast du eigentlich? Ähm, Moment Sechs Ja Willkommen beim Faster 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 Shop Was möchten sie haben? Alles klar Thank you Perfekt Ich will nochmal gesagt haben, ich habe nur einen einsamen Mac auf meiner Flatline und nichts auf der Wingman Wirst du einen Zweier für die Flatline haben? Ich gerne Hast du einen Skullpiercer? Ja Inside Ist das Ding offen? Natürlich nicht Ja, wir haben nur 20 Sekunden und wir müssen ein bisschen laufen Dann lass uns jetzt laufen Dann lass uns jetzt laufen Durch den Tunnel Durch den Tunnel Ja ok, irgendwie bin ich den Falsch Weg gegangen Ich dachte, dass hier unten geht schneller Du hast keine Ult Du hast keine Ult, wa? Doch Du hast Ults Sehr gut Alter, wir müssen echt weit laufen Nicht, dass die Zone uns einholt Ich habe immer noch Ich habe immer noch den Select Fire bei mir Also wenn du eine Probe findest Ich habe immer noch den Select Fire bei mir Also wenn du eine Probe findest Oh, das Matkit brauche ich Naja Wie sage ich immer so schön What ever Trevor Da oben Jupp Ich kann mir gut vorstellen, dass hier von rechts noch wer kommt On me Blue Blue Broke Low Unter der Brücke Rennt weg Down Oder sag mir der hat Matkits Minus 40 Ich gehe hoch Mein Gott, ohne Sight Ah, ich komme nicht hoch, weil ich ein Bot bin Er ist fast Broke Er hat's Banner geholt Aber er ist One-Shot-Modded What the fuck? Aber er ist so... Er ist so laggy Er heilt sich, man Aber was machst du, Minion? Er steht in der Ecke, Alter Er kommt halt da oben Er ist gerade runter gesprungen Ich gehe auf den Berg wieder Hatte der eine eine Prowler zufällig? Wait, ich habe nur noch 19 Schuss Er ist irgendwie... Von was? Von Heavy? Du das noch bestimmt, oder? Ja, natürlich Der hat eine Prowler, ja Der hat keine Prowler Was für Prowler? Oh, nevermind Was? Aber... What the fuck? Der hat eine Prowler Ich habe übrigens auch keine Zeit Ich habe keine Zeit Ich nehme das 1 bis 2 Das ist, denke ich, mal legit Alter, ich bin so weak eigentlich, aber irgendwie funktioniert es halt, weil die Gegner absolute Bots sind Du hast ult, hast du gesagt, ne? Ich habe ult, ja Da hinten läuft einer Wait Ist das einer? Yes, da hinten ist einer Ich habe pet, also wenn du aufs Dach willst Da hinten ist ein Job Ja, steht ein Job Das war da hinten R99 nehme ich Okay Oder was hast du? Du hast Karben, ne? Ja, 301, ja Kannst du aber nicht spielen Ich meine, die ist fast voll Ich brauche nur noch ein 3er Mac Hm Nope Was ist das? Ich würde ja Wingman Peacekeeper spielen, aber Nein, nein Lieber nicht Er spielt halt G7, oder? Die sind da hinten Da kommt noch ein Drop Gebrallteich Ich sehe die Bubble von hier Wir haben nur ein 2er Helm, das lutscht ein bisschen Willst du auf den Drop warten, oder? Ich werde nicht mehr Ich bin 3er Ich bin 3er Jetzt 3er als hundern Beide tot Twitch Koko Pops Vor mir Er hat die Bat durchbekommen Die sind Out of Zone Models Rot Fast Brock ich bin detected die sind in einem stein ich habe keine näht der blatt 100 keinen guten weg die porten weg das mal neue zone ja ich nehme kurz den schritt der hier drin ist so 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 okay 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 ich bin online ich bin online nein nein das kannst du jetzt haben wenn du willst ich hab prowler wingman ich gehe hier auf dem berg ja ich glaube das schaffst du nicht oder die sehen mich bitte nicht ballon ich nicht aber es geht über die sieben du solltest vielleicht doch ich gehe da hoch vielleicht kann ich dich ja von hier spielen headshot 73 der blatter und ich gehe runter 56 aber der blattern ist ulo modus sie ist hinter mir ab dem blatter und broke das gibt es nicht nein du gehst nicht safe das kann ich hätte mich auf hätte mich einfach auf nein warte der renne ich jetzt daher aber das war die letzte ok jesus fucking christmann aber diese immer so viel besser 3k damage maybe not even close ja da das glaube ich das glaube ich den dream der noch lange nicht erreicht ist